In letzter Zeit ist der Alltag ein bisschen stressig geworden. Smalltalk ist stressig geworden. Früher, wenn ich den Leuten gesagt habe, ich heiße Nikita, dann haben die Leute gesagt, Nikita, das ist doch ein Mädelname, gell? Und ich sage, ja, mein Vater hat mich benannt nach seiner Affäre für den Fall, dass ihm aus Versehen ihr Name rausrutscht. Nein, aber dann sage ich, der Name ist Russisch und dann sagen die Leute, Russisch, du, ich kenne auch einen Russ, den Vitali, kennst du den? Wer kennt ihn nicht? Heute ist das anders. Heute, wenn ich sage, ich heiße Nikita, dann sagen die Leute, Nikita! Oh, das ist Russisch, gell? Oh, 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 oh. Und dann Stille! Nichts! Und nach 20 Sekunden so, du Nikita, was soll'n das eigentlich? Was ist schon da los mit dem Putin? Und wenn ich gut drauf bin, dann sage ich, der ist bald hier, dann kannst du ihn selber fragen. Was hat sich die letzten Jahre noch so getan? Ich bin jetzt erwachsen geworden, glaube ich. Ich habe so eine Checkliste, an der ich das ablesen und vergleichen kann, woran ich merke, dass ich erwachsen bin. Zum einen, ich höre Gangster-Rap, während ich die Spülmaschine einräume. Zum zweiten, ich sage statt Fick dich, mal gucken. Ey, es ergibt vieles Sinn, ne? Könnt ihr euren Kindern nicht mehr sagen. Oder ja doch. Und zum dritten, ich habe geheiratet. Wir haben im Lockdown geheiratet, wir hassen Menschen. Ey, Corona ist die beste Ausrede für alles. Ey, ich wollte mit euch feuern, aber dann kam Corona. Ich wollte meine Schwiegermutter besuchen, dann kam Corona. Ich wollte keine Pornos mehr gucken, aber dann kam der Lockdown. Es ist sehr interessant, wie unterschiedlich Leute die Ehe sehen. Mein Kumpel Viktor hat schon mit 20 geheiratet. Ich gehe zu ihm, ich sage, hey Viktor, hast du ein paar Tipps, ich heirate. Um was geht's in der Ehe? Und er sagt so, Nikita, die Ehe, die Ehe, das ist ein bisschen wie Tetris spielen. Alles, was du richtig magst, verschwindet. Und was du falsch machst, stapelt sich. Ich frage meinen Onkel so, hey Onkel, um was geht's in der Ehe? Und er sagt Selbstliebe. Ich sage, ja, liebst du dich selbst? Nein. Ich sage, nein, im Ernst, um was geht's? Er sagt, nur was denkst du, was hat sich bei dir verändert? Ich so, ich weiß nicht, Mann, ich meine, keine Ahnung, ich bin öfter jetzt im Musical, Theater, wie kann ihr sowas gefallen? Was für ein Scheiß? Und mein Onkel, so, Junge, langsam, du solltest niemals über den Geschmack deiner Frau lachen, weil du bist nämlich Teil davon. Ich frage meinen Vater so, Pap, was hältst du von der Ehe? Und er so, ah, die Ehe, das ist was Schönes. Ich wüsste nicht, was ich machen würde ohne deine Mutter. Manchmal, wenn deine Mutter nicht zu Hause ist, dann hole ich mir eine Prostituierte ins Haus. Ich sage, im Ernst, also, ja, ja, ich bitte sie mit mir einen Horrorfilm anzuschauen, danach schicke ich sie wieder nach Hause. Meine Mutter hört das, kommt ins Zimmer. Was redest du für ein Schwachsinn, spinnst du? Mein Vater sagt, weißt du, wie gruselig das ist, diese Filme alleine zu gucken? Und sie sagt, ja, genau das ist das Problem. Du sitzt nur noch zu Hause, schaust diese Filme mit jungen Mädchen, wie sie rennen, mit ihrer großen Siski. Geh doch auch mal wieder joggen. Hast du früher so viel Sport gemacht? Ich jogge nicht mehr. Ja, ich weiß, aber warum? Weil ich dabei ständig mein Bier verschütte. Aber du bist auch nicht besser, du betest auch an diesen jungen Mann ständig, wie heißt er, Jesus. Meine Mutter sagt, spinnst du, Jesus ist was anderes. Jesus ist heilig. Jesus kann auf dem Wasser laufen. Mein Vater so, na und, das kann ich auch. Na, Nuka, zeig mal. Brauch ich nicht, das reicht, wenn du daran glaubst. Meine Mutter ist wütend, geht in die Küche. Es ist auch hier interessant, wie unterschiedlich Leute ihren Ehekrach regeln. Ja, wenn Viktor Ehekrach hat, der kommt zu mir. Der bleibt bei mir. Eine Woche, drei Wochen. Kommt drauf an, was er gesagt hat. Und ich sage, alter, Viktor, steh auf, geh nach Hause. Nein, ich will nicht. Geh nach Hause, sag ihr was Nettes. Ich habe sowas noch nie gemacht. Umso besser, wenn sie sieht, wie du dir Mühe gibst, freut sie sich. Geh einfach hin, sag, du bist wunderschön. Also geht er zu ihr und sagt, Schatz, ich bin wunderschön. Und dann sagt sie, oh mein Gott, Wittja, du bist so selbstbewusst, schlaf mit mir. Nein, so war es nicht. Ich sage, Viktor, guck mal, du musst romantisch sein. Und wenn du romantisch sein willst, du musst ein bisschen um die Ecken denken. Du musst mit Metaphern arbeiten, okay? Und dann geht er also zu ihr und sagt, mein Schatz, ich würde dir am liebsten mit einem schweren Stein gegen deinen Kopf schlagen, damit du endlich begreifst, wie viel Schmerzen mir meine Sehnsucht zu dir bereitet. Ich sehe hier ein paar, oh. Das hast du nie zu mir gesagt, Hans. Vielen Dank. Danke fürs Einschalten, Leute. Wenn ihr mal jemanden sehen wollt, der nicht ganz so gut ist wie ich, hier klickt die anderen Comedians an. Ihr könnt euch auch das ganze Finale reinziehen. Würde ich nicht machen, weil ihr habt das Beste schon gesehen und ansonsten ambulieren. Das war es von mir.